Grün oder weiß? Grün. Warum? Ich mag das Farbe mehr als weiß. Trinkst du lieber mal eine Cola oder lieber eine Fanta? Cola. Wasser mit Sprudel oder ohne Sprudel? Mit Sprudel, weil ich denke, das ist besser als ohne. Snapchat oder Instagram? Instagram, weil ich annehme, oder use it. Ich benutze es? Ich benutze es. Ja, Instagram, weil ich benutze es mehr als Snapchat. Du hast schon gewonnen, beides. Meisterschaft ist besser oder Pokalsieg? Meisterschaft, weil ich denke, das ist ein Titel über ein ganzes Jahr. Natürlich ist ein Pokal auch das, aber man muss in einem Spiel gut sein und dann wiener man oder verlore man. Ich denke, über eine Meisterschaft ist es wirklich die beste Mannschaft, dass ich gewinne. Assist oder Tor? Das ist wahr, denke ich. Ich mag beides, aber ich sage Tor. Messi oder Ronaldo? Messi. Das ist ganz einfach, weil ich denke, dass Messi ein besserer Fußballer als Ronaldo ist. Ronaldo ist sehr gut, um Tor zu schießen und in die Box zu laufen. Aber ich denke, dass Messi überall ein besserer Fußballer ist. Magst du lieber Urlaub oder lieber Saison? Also, ich mag lieber Saison, aber weil ich Urlaub die ganze Zeit dann weiß nicht, dass es passt. Läufst du lieber oder fährst du lieber Fahrrad? Ich fährst lieber Fahrrad. Mallorca oder Ibiza? Ich fahr nicht auf Ibiza, aber ich fahr eigentlich nach Ibiza diesen Sommer. Ich denke, Mallorca. Berge oder Strand? Strand. Nach der Karriere Trainerin oder Managerin? Managerin. Magst du lieber Vorspeise oder Nachspeise? Ich mag lieber Vorspeise. Ja, ich denke, soll ich eine wählen? Ja. Aber ich mag, ich könnte beide. So drei Richter. Hund oder Katze? Äh, Hunde. Kulle oder Klaus? Kulle oder Klaus. Beides. Dribbling oder Tackle? Dribbling. Kino oder Netflix? Ja, jetzt, wenn ich in Deutschland wohne, dann Netflix. Weil ich liebe Deutsch. Ja, ich liebe die Originalfrage. Sommer oder Winter? Sommer. Linkes oder rechtes Twix? Beides. Heimtrikot oder das blaue Auswärtstrikot? Kopfballtor oder Schuss-Tor? Ähm, Kopfballtor, weil ich, das mache ich nicht so oft so, das ist ein bisschen mehr speziell. Eistonne oder Massagebank. Eistonne oder Massagebank? Massagebank. Massagebank oder Sauna? Äh, Massagebank. Dann machen wir noch Ecke oder Freistoß? Freistoß. Buch oder Fernsehen? Fernsehen. Und dann noch Autostadt im Winter oder im Sommer? Im, äh, Winter. Ich mag die, äh, Weihnachts, ähm, äh, 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 Show. Ja.